Ja, Wolle ist nun 16 Jahre alt. Ich habe schon sehr, sehr viel mit ihm erleben dürfen. Ich freue mich auch, dass er noch so fit ist, was ich halt total toll an ihm finde, dass er ganz genau weiß, wann ein wichtiges Turnier ansteht. Dann bemüht er sich immer unwahrscheinlich und hat unwahrscheinlich viel Lust und Energie, sodass ich ihn manchmal kaum handeln kann, weil er so voller Freude ist. Das ist einfach schön zu sehen, auch für mich zu fühlen, dass er da so hinter steht und ja, so viel Spaß auch da drin hat. Und gerade in Aachen haben wir auch schon richtig tolle Runden gedreht und ich glaube auch, wenn er da vom LKW runterkommt, dann weiß er auch immer genau, wo er ist und freut sich auf die tollen Bedingungen.